So, jetzt schaut es ein bisschen anders aus bei uns. Ich habe jetzt ein bisschen was gemacht am Wochenende. Ich zeigte hier. Ein bisschen Klotzkeld. Beziehungsweise Sand. Und dort ist jetzt Eklopiziegel. Das habe ich jetzt so gemacht, dass da so schräg ist und da so schräg ist. Und da hinten ist jetzt die Tür. Das ist jetzt das Treppenhaus. Jetzt haben wir da schon fast einen zweiten Stock. Wie gesagt, ich bin hier mit so einem kleinen Schlafzimmer. Und da könnte ich noch das gleiche. Und ich weiß noch nicht, wie ich es da machen soll. Aber ich glaube, ich werde es da so ganz normal machen. Mal schauen. Mal schauen. Das Wichtigste, meiner Meinung nach aussitzt hat, dass wir endlich mal ein richtiges Fail haben. Das einzige Problem, was wir haben. Wir können weder eine Holzhacke machen, nur eine Steinhacke. Nur habe Eisen. Und für Eisenhacke braucht man nicht wohl über Übel. Ja, Eisen. Also jetzt gesagt, wir haben uns jetzt Eisen. Und dann haben wir es bei Uppflanzen. Also was das ist. Wir haben jetzt ein bisschen Zeigsur, was man mitnehmen an. Was man Futter haben. Das gibt da auch für dabei. Das kann man dabei auch für da. Das kann man dabei auch für da. Das kann man da auch für da. Dann kann man da auch für da. Dann kann man da auch für da. Dann kann man eigentlich. Der Meinberg. Ich nehme mal mit. Den wir draußen aussitzen. Der mir einer. Ich glaube der mir einer. So. Ich jetzt. Wir machen die zweiter Pfannen. Was mir ganz positiv aufgefallen ist. Jetzt mal. Wenn ich in die Welt einleige, ist genau da. Ein neuer Garten. Jetzt vorgeraubere war dieser da. Und wo jetzt hat der, äh? so dass wir zusammen also auf naja und diese werken jetzt sagt es wird ist ja bei mir braucht man den stuhr das werden wir innen für den Boden unten auch noch hernehmen und jetzt fragt man sich wo jetzt den Stall her, weil ich ihn noch nicht runtergekommen ich hab da hier oben wo wir jetzt den Sekt wo ich so eine kleine Steinform gemacht für uns da haben wir jetzt eine Kohle da machen wir bis so ein bissel her bis auf Eisen natürlich das muss man zuerst noch so her irgendwo ich mach mir schon mal dahin ich muss da ein bissel Stein holen dass wir uns ein paar Stein spezocken machen können so nepala Entschuldigung 3 4 das muss ich glauben so holen wir ja so wir brauchen Pilze 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 Einmal echt gut dass du über so Pilze wachsen ist so gut dass es aber am einfachsten zu machen geht natürlich wird es dunkel nur so wie so und dieses auch so braucht man unbedingt abit nehmen wir zu so machen braucht man die Baumwolle und die müssen auch für uns es geht nicht ohne Eisen das hat wohl da die kommen die 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 blöchter die r die r die die gut auch gut 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 die andere Richtung Ich kann nicht schlafen, weil ich auch nicht schauen kann, dass es wieder aufhört. Ich kann nicht so schnell gehen, aber ich kann nicht so schnell gehen. Aber da sieht das anders aus, ist das andere Einheims. Auf der anderen Seite, ich bin nach vorne. ich habe jetzt schon überlegt ob man nicht so ein Pilz mit Dinkelos sind keine Knochenmehl oder so oder mit Tumos das kann man ja schon machen weil Bambus haben wir schon nicht tun das stimmt gut der Straße dass ich da nix finde. Die habe ich schon gekocht. So, dann wieder. Ja, aber mehr. Was schien das hier? Das ist hier so hektisch. Das ist ein bisschen schräg an der Seite. Es wird natürlich nur anders, weil wir haben ja noch keinen Schüssel. Und das haben wir bis jetzt, was ich ganz normal. Wie sieht das? Also, so Gärten haben wir jetzt echt schon fei. So, jetzt machen wir was zum Futtern, bevor wir jetzt verricken. Und schauen wir mal rein. Und schauen wir mal rein. Wie viele Pülze da da noch haben. Okay. Okay. Auf verdienen. Dorn auf verdienen. Dann können wir noch mal 4 hin. Die nehmen wir uns für Miet. Die müssen noch mal zur Reihe. Feuers mal. Wieso? Den du hast zu tun. Ich verstehe das nicht. So, jetzt machen wir uns noch mal. So, jetzt machen wir uns noch mal. Und. Der meine, der ist mir zockt. Huyts müssen wir uns mitnehmen. Habe ich noch Huyts? 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 Nein, natürlich nicht. Huyts? 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 Die haben wir noch mit diesen enfermalen. Huyts? 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 Heute kann ich das førsten dagegenohlen. Huyts? Was machen wir noch mal denn? Huyts? Huyts? Na ja, ich hauts. Huyts? Huyts? Wawntany? Huyts? ist das und das so ist und es gibt jetzt nach Klosch es gibt es mehr kassi doch muss so die spiel das ist vielleicht durch als gut ich folge genau So wieder zu klauen. Du hast ein Ohrluch. Dann hat er was anderes. So. Bisschen cooler muss man dann. So. 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 Äh, na das kann man das mal. Und ich nie mitnehmen. Irgendwo. Eisen g'sinkert. Er hat mich da verschaut. Und da ist Eisen. Ja. Eisen. Wo. Wie kann man endlich mehr was sinnvolles machen. Schweißen halt. Schweißen halt. Schweißen. Schweißen. Schweißen halt. Schweißen halt. Hier weißen. Ich muss ein bissel Eisen. So. So. Ich soll es aber auch schon nicht sein. Schön. Also nochmal für mich. Ich hab's eher ein Problem. erst mal das Eis das haben wir jetzt endlich unendlich das Eis ich geh mal ein bisschen weg ich hab mir Angst oh Gott dann Gott dann kann ich halt das so so hm da 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 braucht mal ganz viel Kohle ja Kohle wir brauchen Kohle ja wir brauchen Kohle ja wir brauchen Kohle ja Kohle ja Kohle ja 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 das ist neumann das das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist das ist ist das 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 ist das das ist das ist das ist das geht es aus nehmen wir noch mit und dann gehen wir da wieder, oder, dann gehen wir wieder. Die wollen dann später noch besser erforschen. Dann schauen wir weiter. Dann gehen wir da. Dann gehen wir da. Sonst nix mehr gut. So, jetzt aber. Da hängt man hier. Da. Das muss man aussehen. So. Oh, Licht. Oh. Oh. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Was ist das? Das schmeckt nix mehr. Ah, die Pflanzenband. Das ist ja glaub ich sie auch schon. Oh. Oh, hier das war gleich. Geil. Oh, was war das? Oh. Oh. Da steht schon nix mehr drin. Oh. Gift ifoi. Oh. 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 Toll so an. Ich sicht's aber was net. Das ist die Piektophilusma. Das ist die Piektophilusma. Das ist die Piektophilusma. Moment ja, manche mir da. Na. Das ist die. Ich glaube, das wird unser Letztier. Für die ganze Zeit mit Gewinze. Und ich komme zum Endlich-Erbietbau. Das braucht man nur Komposter braucht. Und wir hätten ja... Äh, gell? Nur bisher. Nur bisher ausmessen. Das geht gar nicht. So. Dienes Bordpflanzen. Dann. Braucht man. An. Komm. Post. Braucht man. Inder. Das man das machen kann. Dresslich. Sextix. Ich bin jetzt. Die Verhaftungsdienst. Perfekt. So. Und die nun. Ich nehme jetzt mal. Ich nehme jetzt die dabei. Die der mal. So. Das bin ihr. So. Und die ist ja. nicht nicht schied ich konnte endlich unser Ding Friedhofer ich bin um uns und diesen Teufel Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Jetzt hat er. Ja. Immer einen Kompost. Einen. So. Oh, oh. Oh, oh. Das ist vorher schon zugekommen. So, ja, ich hab ein bisschen blöd auf der Seife hier. Ich muss ihn auch da noch hinsetzen. Da. Genau. Das tun wir da hinten rein, weil sonst nix mehr drin ist. Ich glaub, da braucht man sowieso bald wieder. Ja, da werden jetzt nicht mehr viel aussehen aus dem... So, drei können wir schon mal machen. Dann nehmen wir drei Ehre rein. Drei. Und das hier, da haben wir einen Garten zu halten. Das ist so Vorteil, also das ist schon was. So was bauen wir jetzt als erste, ich glaub. B-b-b-b-b. Das da. Und dann können wir jetzt endlich ein Bitball. Die nicht wachsen. Oh, das haben wir eh schon 25 Minuten. Ja dann. Wenigstens haben wir jetzt das noch gemacht. Und perfekt zur Nacht hin, dass wir alle schlafen können. Also. Montag. Endlich der Montag vorbei. Oder. Gerade am Montag reinkommen. Ich mag das. Der Dock geht auch. Ich muss auch. Entschuldigung muss ich. Und dann. Die wo Feiertag? Hey, plus drei Dock. Wer ein Brückentag hat. Ich hab plus drei Dock zum arbeiten. Also gefreut sich schon mal. Also. Die haben einen Teilschundchen, glaub ich. Oder? Ja schon. Oder ich weiß es nicht. Ich geh mir da einfach nicht aus. Oh, hab zur Feier da unter der Woche. Also dann bis morgen, gell. Schauen wir mal. Ich schaue, dass ich vielleicht noch ein bisschen. Ich mach jetzt noch ein bisschen weiter. Dass wir einen zerfädeln haben da. Und dann. Dann geht's endlich auf. Jetzt geht's auf. Jetzt haben wir zu hocken. Und heißen. Immer heißen. Endlich. Also dann bis morgen. Ciao. Ciao.